Jetzt willkommen zu einem Öffnenfall auf die Marsch, hier muss man gleich gucken nach dem Phoenix, das macht Probleme. Ich hoffe es hat euch gefallen. So, dann kann er wieder arbeiten, der ist dabei, siehts aus, abgeschlossen, abschließen, der hat 70%, sollte heute noch was werden. Das machen wir gleich selbst, das ist eigentlich der Kurs, Radius, die Stroh werden wir gleich verkaufen, so gut. Fabrik, das ist der Rischvorteil, aber ich denke mal kommt Ordnung zu, da muss man die Ender füllen. Das ist eine andere Nuka-Arbeit, aktuell. Jetzt füllen wir Mohn dran, zur Ernte. Jetzt füllen wir Mohnen. Jetzt füllen wir Mohnen. Jetzt füllen wir Mohnen. Wenn wir Mohnen auf den Barsen, können wir mal sehen, wie wir hier oben sehen sind. Hier gibt es den Barsen. Wir haben die Barsen. Wir haben die Barsen, die Barsen. Ja, hier ein bisschen Geld verdient, nicht viel, aber man freut sich. Und da muss man 80%. Ja, ich nenne das mal Sabotage. Ich möchte den Abfahren im Taktor nehmen, das wird besser. Schauen wir die da stehen. Ich möchte den Abfahren im Taktor nehmen, als ihr eine Abfahren insidet. Der Abfahren wir den Abfahren im Taktor nehmen. Nur sind sie alle ab foten. Stroh wird heute noch nicht so. Aber ich kann ja den anderen. Ich kann ja den Kohlfahrer. Das ist der Weg, aber ich kann das. So. Ich fahre an mein Kohlfahrer. Jetzt kommt noch mal ein Pöttinger Dammelwagen und zwar wollen die E2 haben, Ladewagen, mal schauen, Dachlasen Standard Breitreifen, Michelin, so, muss gut sein, Testvernehmung, ob der Smart was taucht Wirdel, Dammelwagen, das ist Kumpel, Dammelwagen, das ist eine andere.. Das ist eine andere, andere als die E3 haben. ein bisschen blass das ist kein Kördergeräusch und das Teil ist auch nicht original aber die Farbe ist allgemein nicht abgeschüttet anders als weiß als besonders grau das rote ist schäftiger und glänziger gelb ist schäftiger der Fahrrad rüber bis dahin das stimmt eine Error die Zeitung ist gut das Problem hat sich gegrüßt im Fuhr hat er wenn wir eine Runde aufladen oder wir machen einen Kurs wir machen einen Kurs wir machen einen Kurs wir fahren lights on mit einem näheren Ziel gehen wir die Fristellerfabrik glauben wir gleich das Unterlager ist ja voll wir fahren jetzt und wir fahren wir fahren wir fahren wir fahren wir fahren mal an wir fahren wir fahren wir fahren wir fahren wir fahren Aber das reicht. Das ist typisch. Jetzt hoffentlich keiner auf die Meldung. Ich habe ihn auf die Meldung. Ich habe ihn auf die Meldung. Ich komme anwenden. Ich kann das Tätelformen. Die Kurs können wir sparen, den Rest abschließen, Feld 7, Feld 11, das machen wir in der nächsten Folge. So, den Speicher. Aber erst muss es reichen. Das haben wir gespeichert. Spielen an. Erntefeld 13 und Überführung dazu. Feldmodus. Gut, aber jedenfalls. Dieser Traktor hat den Kurs etwas mehr links. Das ist halt so. Großfeld 7. 14, 18. Auch so weit weg. Ja, nehmen wir gleich den großen. Aufhören. 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 Bisschen Wir fahren so vollziehen, wir gehen noch mit du und dann haben wir es auch heute auf der Pass geschafft. Das heißt, wir beginnen mit du nicht mehr, weil das nicht mehr Probleme ist, aber wir werden noch sehr zeitnah in einer Woche fortsetzen. Wir fahren trotzdem mal hin, also gerade öffnen. Das ist Mais. Mais wird nur hinfallen, also 13 Tage nicht. Von Nude her für das leichtere Soja oder so. Wir gucken hier. Wir gucken hier. Ich weiß noch wie ein Trail 7 ist. Ich dachte geradeaus. Wie gesagt, liken, kommentieren. Ich würde mich freuen. Kritik, Anregungen. Immer gern gesehen. Und gehört. Mal danke für alles. Sobald er in die Anrichtung gefahren ist. Jetzt können wir die Adolprenerei. Das ist die Platz für die Welt. Cooler State. Wir gucken jetzt. Wir gucken jetzt mal. Wir gucken jetzt mal. Okay. Wir gucken jetzt mal. 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 Ich hoffe, wir sehen uns wieder. zur nächsten Folge. Bye-bye.